Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Corora 21 Dala, anwenderfreundliches Fedora 21. Corora 21 Dala ist da. Die Linux-Distribution basiert auf Fedora 21. Laut Angaben der Entwickler hat es ein paar Wochen länger als geplant gedauert, die Distribution vom Stapel zu lassen. Nun ist es aber geschafft und man kann Corora 21 mit vier verschiedenen Desktop-Versionen herunterladen. Gegenüber der Beta-Version musste man nur wenige Änderungen vornehmen. Wer Corora 21 Beta bereits im Einsatz hat, muss nicht neu installieren. Die Updates liefert der Paketmanager. Wer Corora 20 im Einsatz hat, kann aktualisieren, muss aber nicht, da diese Version ca. weitere 6 Monate unterstützt wird. Corora 21 gibt es mit den Desktop-Umgebungen Cinema, Gnome, KDE, XFCE. Cinema und XFCE-Varianten sind möglich, dass zwei fleißige Mithilfer gibt, die sich darum kümmern. Die Mathe-Version müsste man allerdings leider einstellen, da nicht genug Mithilfer zur Verfügung stehen. Was unterscheidet Corora von Fedora? Corora bringt viele Pakete mit, die man bei Fedora manuell nachinstallieren müsste. Dazu gehören auch proprietäre Software-Pakete und Repositories Dritter. Man will es dem Anwender so unkompliziert wie möglich machen. Damit sind z.B. gemeint Adobe Flash, Dropbox, Google Chrome, Google Earth, RPM Fusion und VirtualBox. Corora bringt ein Tool mit, das sich Farlab, früher Jockey nennt, zu finden unter Menü Einstellungen. Damit lassen sich recht einfach Treiber von Dritten installieren. Z.B. wären das Grafikkartentreiber von Nvidia und diverse Treiber für WLAN-Geräte. Wer also in die Fedora-Welt schnuppern, diesen Einstieg aber so einfach wie möglich haben möchte, sollte sich Corora 21 einfach mal genauer ansehen. Gnome 3.1.4 hat eine überarbeitete Wetteranwendung an Bord. Fotos unterstützt weitere Online-Kunden und die Desktop-Umgebung kann auf Multimedia-Server via DLNA zugreifen. Weitere Informationen gibt es in den Veröffentlichungshinweisen zu Gnome 3.1.4. Der Entwicklungsfokus bei KDE geht stark Richtung KDE Frameworks 5. Für Corora 22 darf man Neuerung in dieser Richtung erwarten. Corora 21 liefert das solide KDE 4.14. Wer es etwas leichtgewichtiger mag, kann auf XFCE zurückgreifen. Das heißt aber nicht, dass XFCE komplett rudimentär ist. Die Desktop-Umgebung ist einfach eher klassisch. Der Dateimanager Thuna kann mittlerweile auch auf Windows-Netzwerke Freigaben mit Samba zugreifen, was früher immer ein Problem war. Da Corora 21 von Fedora 21 abstammt, gibt es natürlich noch weitere Funktionen. Da wäre zum Beispiel Ruby 2.1 an Bord oder es gibt oben CL-Unterstützung. Wer sich hier genauer informieren möchte, kann sich die Veröffentlichungshinweise von Fedora 21 vornehmen. Wer Corora 21 herunterladen möchte, kann sich ein ISO-Update aus dem Download-Bereich der Projektseite holen. Weiterhin weisen die Entwickler auf eine neue Kerntechnologie hin, die sich Lens nennt. Damit hat man nun den Grundstein für Neuerungen in der Zukunft gelegt. Die Technologie stellen die Entwickler in einem Blog-Eintrag vor. Das war User Power von unserem Screencast. Ciao und viel Glück.